WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 «Finden Sie es gut, dass...» «Dann haben wir noch die gute alte Todstell-Methoden. Einfach die Todstellen.» «Dass Baumschulen abgeholzt werden.» «Aber nicht zu schnell. Das glaubt man Ihnen nicht.» «Entschuldigung. Finden Sie es okay, dass viele Kinder in der Schweiz...» «Nehmen Sie sich Zeit. Improvisieren Sie ein bisschen. Und sterben Sie langsam.» «Därdebom, Herdöpfel in Not.» «Ond benutzen Sie die Opfer-Methoden mit einem menschlichen Schutzschild.» «Wir sollen das spenden für die Kampagne-Werfe.» «Genau so wie die Holz-Stöckchen-Methoden.» «Ja, Holz-Münzli. Das Holz-Münzli.» «Ja, Holz-Münzli holen.» «Wissen Sie, dass die Leute in Basel...» «Die beliebte Krankheits-Methode...» «Täuschen Sie eine akute Lungenentzündung vor und husten Sie Ihrem Gegenüber einfach ins Gesicht.» «Was machen Sie also, wenn Sie trotzdem von so einem Spenden- sammler verwischt werden?» «Ganz einfach. Sie nehmen ihm einfach den Stift weg und drücken ihn direkt ins Auge.» «Viele Schweizer und Schweizerinnen fragen sich natürlich Spenden und dann noch direkt ins Ausland. Das ist natürlich verständlich. «Man weiss ja, auch mehr haben in unserem Land viele Opfer. Ja, viele Leute, die von einem Tag auf den anderen einen Schicksalsschlag erleiden.» «Wie zum Beispiel gerade letzte, jedes Jahr immer das Gleiche, die Fahrplanänderung.» «Haben wir wirklich Opfer? Haben wir da irgendeine Schlagzeile dazu? Ja, schau mal.» «Luzern hat sehr hart getroffen, nur noch einmal dürfen sie ins Dessin fahren, anstatt viermal.» «Das ist natürlich bitter.» «Und uns trinkt es aber schon ein bisschen, dass die Fahrplanänderungen eigentlich nur gemacht werden, um darüber hinweg zu tauschen, dass die Beläder immer teurer werden.» «Also du stehst am Schalter, rückst dich auf, dass du gerade den Zug verpasst hast, der vor drei Minuten abgefahren ist.» «Und merkst du gar nicht, dass wenn du das neue GEA kaufst, dass das 200 Franken teurer wurde.» «200 Franken teurer.» «Wer da hat das GEA? Hand hoch. Nicht mehr lange.» «Also ich habe gehört, dass SBB intern sind GEA die Abkürzung für Geldautomaten.» «Aber eigentlich sind eine debilige Erhöhung einfach da, dass die SBB ihre teuren Werbeclips finanzieren kann.» «Jetzt haben wir ja gerade 11 Millionen Franken ausgegeben für den Film Gotthard.» «Das ist ein wahnsinnig langer Werbeclip.» «Sehr schönes Konzept übrigens, einfach ein Loch graben, ein Liebespaar reinrühren.» «Stange Dynamite hinten, leicht aus.» «Ja, noch eine Fahrplanänderung. Jedes Jahr. Wieso? Und wer macht das? Wir haben da so eine Vermutung.» «0.8.30.» «Geh nicht mit.» «Dann riskiere ich es. 0.8.44.» «Stimmt für mich.» «Mutig.» «Wenn es 0.8.40 wäre, könnten die Leute auf die Zugerseelinie umsteigen.» «Sonst müssen wir fast eine ganze Stunde warten.» «Ist doch gleich.» «0.8.44 ist gekauft.» «Zut, zut, 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 zut!» «Du, aber äh, jetzt hast du den Hallweil ausgelassen.» «Ja, wegen meiner Schwiegenmutter. Die wohnt dort und ist sonst jeden Tag bei mir.» «Ja, aber du weißt doch, dass meine Kinder im 57er Bus sitzen. Wenn die den Anschluss nicht verwischen, müssen die dreimal umsteigen, bis sie zu Luzern sind.» «Ja, eben. Wie meine Schwiegenmutter.» «Mei, mei, 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 du bist ein Schlinger.» «Aber dafür gibst du mir am Sonntag den 16.30 Uhr, dass ich schneller bei den Chantal bin.» «Gern, ja. Sollt ihr einen Speisewagen anhängen, oder? Lange das Wägelchen?» «Ja, Wägelchen. Am meisten von der Panettone.» «Nimm die Biberli. Die Panettone sind am meisten abgelaufen.» «Äh, 1626 könntest du im Fall auch das Schiff nehmen. Und diese Zeit hat es auch fast keine Lesen mehr.» «Ja, das ist interessant, ja. Ich nehme lieber den Zug.» «Ja, aber wenn der 16.30 Uhr fährt, kommt niemand mehr aufs Schiff.» «16.33 Uhr ist eine Ordnung. Aber dafür machst du mit dem Postauto, gell? Und dann schlaufen bei Oberwilder, bei Zug.» «Aber dort fährt doch alle zehn Minuten ein Schiff.» «Ja.» «Trägen wir es so ein, ja.» «Was machst du?» «Ach, suche ich noch schnell die Nummer deiner Frau.» «Das interessiert sie sicher mit Chantal.» «Und das ist das immer noch die Nummer deiner Schwiegermutter.» «Ab sofort gelten folgende Fahrplanänderungen.» «Reisende von Zürich nach Luzern steigen im Zug auf das Schiff nach Bravo.» «Die SBB wünscht Schiff Ahoi.» «Howard Carpendale vom Hell hat sein Kabinett zusammengestellt.» «Das ist ein wahres Gruselkabinett.» «Vielleicht konnten ihr das mal lesen, was er da für Leute wollte.» «Zum Beispiel hat er den Steven Bannon, das ist sein Chefstrateg.» «Das ist so ein Ku Klux Klan-Befürworter.» «Und wirklich ganz ein rechter Hetzer im Internet.» «Dann hat er wirklich einen Klimawandelleugner eingesetzt als Umweltminister.» «Findt man sehr interessant.» «Dann Verteidigungsminister ist ein Ex-General, ein Schieswütiger, James Maddog Mattis hat er dort eingestellt.» «Es sind noch ein paar Plätze frei in dem Kabinett, haben wir gesehen bei «Deville Late Night.» «Und wir denken, dass am Telefon schon wirklich innig wartet, Graf Dracula und Hannibal Lecter, dass sie auch noch irgendetwas bekommen.» «Wir könnten aber eigentlich auch Stahlbergen von uns aus der Schweiz ein paar Leute überschicken.» «Dann sind wir sie los.» «So meinst du mich.» «Nein, nein, tut's nicht! Das würde doch vielleicht als Kommunikationsminister wäre, das wäre...» «Nein, ähm...» «Wen hätten wir als Erziehungsminister?» «Erziehungsminister?» «Dann Göhle, wäre schön.» «Das würde gut funktionieren.» «Dann haben wir noch Mike Shiva als Nachrichtedienstchef, fände ich gut.» «Oder jemand, der jetzt gerade einen Job verloren hat.» «Kulturministerin?» «Monika Fasnacht.» «Weiss nicht, ob du es gelesen hast, wir haben hier einen Zeitungsausschnitt.» «Das ist jetzt wirklich Gerücht rumgegangen, dass russische Hacker hätte dem Trump geholfen, an die Macht zu kommen. Sie haben hier die E-Mails geleaktet von Hillary Clinton. Und das ist natürlich ein völliger Seich. Das ist jetzt wirklich übertrieben. Das ist ja, als würden die Russen unsere Sendung übernehmen. «Nein, das wäre ja...» «Was ist aus unserem Logo, Bruder, bitte?» «Und ich habe noch etwas ganz Interessantes gesehen, ganz am Schluss vom letzten Einspieler. Kannst du mal ein bisschen hinzoomen?» «Wahnsinn!» «Und deshalb gebe ich jetzt gescheiter ab an unseren Chefstratege, Manulenin Stalinberger!» «Ich zeige euch heute mal etwas sehr Persönliches, etwas von mir selber. Und zwar habe ich in den Sommer angefangen, die Zettel sammeln, die man auf der Post bekommt, wenn man warten muss. Und jetzt zeige ich euch mal die Sammlung. Und das könnt ihr euch orientieren. Ich habe es sortiert nach Höhe der Zahl, also von Niedrig gegen Höhe. 148... 182... Bei dem habe ich auf der rechten Seite dort beim E-Scanning irgendwie draufgegeifert oder so. 3,38... Also da ist vielleicht noch schön, die ganze Reihe drin, die Zahl 8 kommt recht häufig vor. Hier jetzt nicht. 356... Aber den habe ich doppelt. 356... Also wenn jetzt jemand Lust hat, dann können wir jetzt mit mir noch täuscheln. 408... 4,14... 6,38... Und 6,39... Das ist doch auch ein sehr schöner Moment. Also da habt ihr gesehen vorher... 6,38... Das habe ich jetzt gezogen am 6. September. Und dann... Nur neun Tage später, am 15. September. 6,39... Und dann denke ich genau, wegen solchen Sachen... Macht man solche Sachen. 7,99... 7,99... Ah, Achtung! Achtung! Das ist mein Trumpf... Däuschli... Das könnt ihr noch so kommen... 940... Das ist jetzt eigentlich schon der höchste in der ganzen Sammlung. Also da wäre es jetzt schon gewesen. Aber... Ich zeige jetzt euch alle nochmal... Aber ich habe es eben auch noch sortiert nach Datum. Das ist eben schön aus, um mal von dieser Seite anzuschauen. Der erste, den ich gehalten habe... 808... Das habe ich am 7. September. Und ich vermute, dass ich damals gedacht habe, das ist ein Zeichen. Irgendein Zeichen von ganz hoch oben ab. Und dann habe ich da geteutet. Also... Im Prinzip ist ja alles ein Zeichen, wenn man es geteutet. Aber da ist eines, was es wirklich gelohnt hat, darauf zu hören. Und so hat es dann angefangen. Bei dem stunde ich selber auch immer wieder, dass ich am 19. Juli... Schon um 20 vor 9 auf der Post unten war. Eine unglaubliche Zeit. Und dann musste ich am gleichen Tag nochmal gehen. Wahrscheinlich habe ich in der Früh irgendetwas vergessen. Und ich bin am 4ab1 nochmal auf die Post. Und habe dann aber den gezogen. Es hat sich natürlich dann... Tausend oder fast tausendmal gelohnt, nochmal auf die Post zu gehen. 3,38... Ein Vorwahl... Fortun... Ja, und dann irgendwann jetzt angefangen... Habt ihr gesehen? Vorher das 0,33. Und da hatten sie noch diese... schönen, klaren, breiten Zahlen am 22. September. Und ich vermute, Ende September muss es passiert sein. Aber auf jeden Fall am 7. Oktober haben sie auf das Mordor 940 so... schäbige, schmale, schmerzelige Scheisszahlen eingeführt. Und ich beschäftige mich jetzt wirklich schon recht lange mit dieser Thematik. Und ich muss sagen, das Design ändern... Völlig überflüssig. Hier der Zweite der Doppelten. Also wenn jetzt jemand würde täuschen wollen, würde ich jetzt den Schmal hergehen natürlich. 414... Aber jetzt auch auf den Dezember haben sie wieder die breiten Zahlen eingeführt. Wahrscheinlich haben sie es selber irgendwann gemerkt. Also ich stelle mir vor, die Leute werden auch nicht mehr so groß sein. Und... Aber auf die Weihnacht her, macht es wirklich auch wieder Freude auf die Post zu gehen. Soviel von unserem Chefstrategi bei «Deville Late Night», Manuel Stahlberger! Jetzt kommt der Gast von einem Wahnsinn darüber zu freuen, dass er heute Abend hier bei «Deville Late Night» ist. Er ist nicht nur mehrfacher Reporter des Jahres auszeichnete, nein, er ist auch Kolumnist des Jahres. Er ist ein Bücherautor und gleichzeitig zeigt er den gestreckten Mittelfinger im Druck der Medium Zeitung. Mal schauen, was er uns heute Abend zeigt. Hier ist er, Konstantin Seibt! So! Schön, dass du hier bist. Ich habe viele Fragen an dich. Ich weiss aber, dass du sehr lange und breit antworten. Oh je, ja. Du antwortest aber sehr gut. Deswegen sind es eigentlich nur zwei Fragen, die ich an dich habe. Und zwar Zeitungssterben. Das ist ein Thema, das du dich auch damit befassen mit dem Zeitungssterben. Wenn es wirklich das eintreffen sollte, das Zeitungssterben, was steht auf dem Grabstein von der Leiche? Zeitung. Ich glaube, wenn eine Zeitung stirbt, dann normalerweise spart man vorher und alle arbeiten wie Wahnsinnig und versuchen die Lücken zu füllen. Und dann wird die Zeitung immer grauer und immer dünner und immer jämmerlicher. Und wenn sie dann stirbt, dann werden alle das Gefühl, sie ist zu Recht gestorben, weil sie so schlecht war. Dabei war das ein Managemententscheid von einem Jahr vorher. Das heisst, eine Zeitung stirbt nicht mit einem Knall, sondern mit einem Winsel und mit einem Grabstein, den niemand mehr interessiert. Da können wir gerade auf deinen Beruf sprechen. Du bist ja Journalist, heute bin Tagi. Und es ist ein offenes Geheimnis, das konnte man jetzt vielfach nachlesen, dass Konstantin sagt, der Tagi wird verlassen 2017 und sich einem eigenen Projekt widmen. Ist das auch der Grund, warum du jetzt die Zeitung verlassen? Ist das so, die Ratten verlassen das sinkende Schiff? Ja, würde ich so sagen. Das Problem bei den grossen Zeitungsverlägen, also in Deutschland Springer oder in der Schweiz Ringe oder Atamedia, ist, dass sich die grossen Zeitungsverläge eigentlich in Internethandelshäuser umbauen. Aber ich glaube, eine Gesellschaft hat ohne guten Journalismus ein Problem, weil je besser die Informationen sind, desto besser sind die Entscheidungen. Und deshalb glaube ich, just for the fun of it und für das Land wäre es eigentlich nicht schlecht, wenn man versuchen würde, so eine Art Arke zu bauen, die Journalismus überleben könnte. Also bist du so der journalistische Noah, denkst du, weil du hast ja so etwas vor, also du hast gesagt, unsere Internethäuser verwandeln, genau so etwas hast du vor. Das Projekt R heisst das so, oder Projekt R, wie man es nennen will. Kannst du uns da darüber etwas erzählen? Was hast du denn vor 2017? Was ist deine Arke, die du uns bauen willst und die ganzen Tiere vielleicht mitnehmen? Also das Projekt ist irgendwie sozusagen. Leider ist es ein bisschen so schlank für Arke, man fühlt sich so wie, nur der irgendwie so ein mittelgrosses Hausboot baut und dann stehen die ganzen Tiere und schauen einen an. Und die Sache ist die, dass wir versuchen, ein Magazin zu bauen, das lebensfähig ist, das die grosse Geschichte bringt, die aktuelle Geschichte zur Debatte. Mit No Bullshit die grossen Schauplätze, die grossen Fragen und das Ganze mit grossem Herz zu machen. Das klingt alles sehr schön und gut, aber, lieber Konstantin, wer soll, lies es von meinen Lippen ab, wer soll es bezahlen? Also wir haben da irgendwie, ziemlich viele Leute haben jetzt einen relativ guten Job gekündigt und wir werden unser Schicksal und das Schicksal von unserer Familie, von unseren Kindern, in die Hand von der Lasse legen. Das heisst, wir werden... Möchtest du uns die Kamera sagen mit einem wehleidigen Blick vielleicht? Das würde es vielleicht noch bringen. Nein, die Sache ist dir, es macht keinen Sinn, so etwas zu machen, wenn die Leute es nicht wollen. Und deshalb haben wir auch gesagt, okay... Also Prinzip Hoffnung? Nein, das ist das Prinzip irgendwie Skin in the game, das Prinzip Risiko... Alles klar, Entschuldigung. Hast du schon mal... Ist das Wodka? Wodka? Oh ja. Hast du ja, ist Wodka, oder? Nastarovie. Ja. Nastarovie. Ich habe dich unterbrochen, gell? Aha. Das wollte ich nutzen und gleich zur nächsten Frage kommen. Das ist alles schön und gut. Das klingt sehr digital, das klingt sehr modern, das klingt sehr schlank, wie du sagst. Aber was mir persönlich fehlt, ich bin wirklich ein Freund von allem Haptischen. Von allem, was man anlängen kann. Etwas, was wirklich real da ist. Mir fehlt das Schmeck von der Druckenschwärze. Was soll ich, dein Portal lesen und nebenan irgendwie mit dem Blick knistern? Ich weiss es nicht. Ähm... Ist das etwas, was dir überhaupt nichts bedeutet? Dass das, was hier ist, etwas zum Anlenken? Kannst du auf das komplett verzichten? Also man könnte natürlich so ein elektronisches Knister einbauen. Gerade für dich. Ich finde es sicher. Aber... Kann man damit die Schmini anzünden? Vielleicht... Es ist sehr lange gesagt worden, dass die Zeitung nie sterben wird, weil man einfach sonst keine Idee hat, wie man mehr Schweinchenkäfig auslegen sollte. Wir kommen vom Digitalen nochmal ganz zu etwas Haptischem. Heute Abend haben wir einen jungen Mann hier aus der Ostschweiz. Der einzige Ostschweizer neben dem Stahlbergen, der auch lustig ist. Hier auf der Bühne kommt er. Einen jungen Mann, der es noch nicht so weit geschafft hat. Weit ins Fernsehen. Wir wollen ihm die Plattform geben. Bitte grosser Applaus für Nico Ahren! Danke vielmals. Es ist super, hier zu sein. Sehr super. Sehr beängstigend. Das merke ich gerade. Weil eben... Am Fernsehen ist ja das mein erstes Mal. Und es erinnert mich sehr stark an... mein erstes Mal. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also es gibt ja durchaus Parallelen, muss ich sagen. Es ist auch so halb dunkel. Und ich bin nervös. Und irgendwo höre jemand Lachen. Und... Und ich versuche, nicht in die Kamera zu schauen. Und dann eben die Zeitvorgabe, die ich überkomme. Oder? Habe ich überhaupt so viele Programme? Und wenn ja, verhebt, wäre es dann doch schade, wenn alles in die Hosen geht. Gerade weil ich so viel vorher alleine geübt habe. Es ist nämlich gerne so einfach, einen Raum voller wildfremden Leute bei Launen zu behalten. So eine fremde Gruppe, das ist noch recht anspruchsvoll. Merke ich. Aber genug für mein Sexleben. Das ist gut. Wo ich ihn geschrieben habe, habe ich auch nicht schnell. Ich mache Stand-Up schon eine Weile. Und den grossen Reichtum und Erfolg haben sich aber noch nicht eingestellt. Ich bin aber immer noch im Träumen. Niko Arne Privalo. Da wollen wir es erklären, oder? Im Moment sind wir noch bei Niko Arne Pri Garanti. Aber dann, wer braucht schon Reichtum, wenn er sich schon gewöhnt hat an Wein aus dem Cetrapack. Oder wenn er eine gute Standbeiz gefunden hat wie ich, wo die Frauen noch willig sind. Getränke trotzdem günstig. Und wo es niemand merkt, wenn man ab und zu ein paar Rollen WC-Papier mitgehen lässt. An dieser Stelle vielleicht ein riesen Dankeschön an die Cafeteria vom Altersheim Augiesse in Weidnau. Dankeschön. Ihr merkt oder ihr hört es mir an, ich komme von weiter her. Ich komme wirklich vom Land. Und dort haben sie mich immer vor Zürich gewarnt. Sie müssen aufpassen oder sagen sie wahnsinnig laut und gewaltbereit und mit riesigen Eiern. Und seit ich hier bin, muss ich wirklich feststellen, Zürich und Männer sind fast genauso schlimm. Darum bin ich immer etwas vorsichtig, wenn ich auch in Zürich bin. Weil letztens ist mir gerade passiert, dass irgendjemand aus einer dunklen Gasse auf mich zu kam. So eine Gestalt. Und ich habe ja eine sehr gute Nachkämpf-Ausbildung in meiner Jugend gehört. Das heisst, ich habe zwei ältere Brüder. Und es gab immer noch ein paar Quasnackskücheln. Ich bin echt fit. Und dann habe ich die Gestalt auch gleich einmal runtergelegt in meiner Panik. Weil ich so vor Ganguniformen habe immer Respekt. Was es da gibt. Hells Angels oder Wu-Tang. Oder jetzt in dem Fall Heilsarmee. Ja, das ist jetzt vielleicht etwas extrem. Aber ich bin auch extrem verschrocken. Und ich muss auch sagen, ich meine, das hat auch nichts verloren. Zürich in so einer dunklen Gasse. So eine alte Frau. Danke vielmals. Das war von mir gewesen. Eben. Danke schön. Ciao. Nico Arnd ist das gewesen. Neben mir sitzt Konstantin Seid, der Reporter des Jahres 2001 bis 2017 durchgehend. Und ich freue mich sehr, dass wir ihn für ein Schollspiel gewinnen können. Ein Trinkspiel. Und zwar heisst das Spiel, liebe Konstantin, Lügenpresse. Ja. Wir haben hier so einen Knopf. Das ist die Lügenpresse. Da kann man draufdrücken. Ich drücke mal drauf. Achtung. Nicht. Es geht so. Meine Autoren, das sind 10'000 Leute, haben einen Text geschrieben, den Manuel Stahlberger vorlesen wird. Es ist ein absoluter gelogenen Text. Also wirklich irgendetwas zusammengereimt, das nicht stimmt. Aber es haben sich zwei, drei oder vier Wahrheiten eingeschmuggelt in den Text. Sobald du das Gefühl hast, du hast so eine Wahrheit entdeckt, haust du da auf die Lügenpresse drauf. Und dann lassen wir den Stahlberger aufklären. Wenn es wirklich so ist, dass du recht hast, muss ich einen Shot trinken. Wenn es aber falsch ist, musst du einen Shot trinken. Wenn wir alle Sachen, die in diesem Text richtig sind, herausfinden, muss der Stahlberger alle Shots trinken. Das ist ein schönes Spiel. Wir machen das mit zu Hause, holen die Grossmutter und den Pappen an den Tisch und dann geht's auch schon los. Bist du bereit für das Spiel? Ja. Bitteschön. Also. Wladimir und Donald J., Liebesgrüsse aus Moskau. Das Techtelmechtel zwischen Trump und Putin ist längst kein Geheimnis mehr. Berühmt sind die ersten gemeinsamen Fotos aus ihrem Liebesnest in Gstaat. Sie neckten sich auf der Titelseite der New York Times, schmussten im Foto der FRZ und verrieten der Glückspost ihre grossen Namen. Trump nennt Putin seinen Sibirischen Tiger. Putin nennt... Ich würde behaupten, er hat auch schon einmal Putin seinen Sibirischen Tiger genannt. Würde ich Ihnen zutrauen? Nein, das ist nicht richtig. Das ist falsch. Du willst einfach trinken. Muss ich alles trinken? Sie würde sagen, ja. Oh! Weiter im Text. Putin nennt... ...Trump... ...Arrangerie... ...Weier... ...Marskaya... ...Schwinka... ...oder so. Sein orangenes Misch. Njett. Schon in der Tür drauf gestanden? Nein, das war er. Ich glaube nicht, dass ihr Russisch gekönnt, also wird das wahr sein. Nein, es ist auch gelogen. Ich habe hier einen Fehler vorgelesen. Konstantin, mach. Die Sendung wird immer besser. Merke es. Einen würde ich auch noch gerne nehmen. Ja, ja. Oft nennen ihn Putin auch schlicht und einfach Genius, verrät Trump. Njett. Ja, das ist jetzt tatsächlich so. Ist so gestanden? Also da ist jetzt... Cheers. Das heisst? Also es stimmt, dass Trump gesagt hätte, Putin hätte ihm Genius gesagt, aber es stimmt nicht, dass Putin... Ah ja, ich habe verstanden. Also... Ja. Aber anscheinend habe ich nichts Falsches vorgestellt. Nein, nein, ist alles gut. 2013 reist Donald Trump an die Miss Universe Wahl nach Moskau. Jett. Ah. Ich bin überzeugt, er ist an die Miss Universe Wahl in Moskau gereist. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist wie Trumps berühmte ausserpolitische Erfahrung. Ja. Ja. Miss Venezuela. Miss Russia. Nastrovje. Seitdem schreiben sich die beiden täglich in langen Briefen und schlechtem Russisch erzählt Trump von seinen Sorgen und Nöten. 2014 schlägt Putin vor Trump solle doch auch Präsident werden. Trump verkündet daraufhin seine Kandidatur. Auf die Frage, ob es okay sei, dass Putin Journalisten töten lässt, mein Trump Russland hat dem vergleicht... Oh! Njett. Ja. Ich habe nicht zugelassen. Was hat er gesagt? Das, was er jetzt vorlesen wird. Was hat er denn gesagt? Ja, er hat einfach gemeint, Russland hätte im Vergleich zu den USA immerhin einen Leader. Ausserdem töten die USA ja auch viel und gerne. Also ja, das stimmt, hat er gesagt. Ach, verdammt. Und weiter im Text. Seither betreiben die beiden älteren Herren eine Fernbeziehung. Wir skypen täglich verrät Trump manchmal sogar oben ohne. Und wie sieht die Zukunft aus? Wir ziehen zusammen. Prahlen die Turteltauben. Am 20. Januar ziehen beide ins weisse Haus. Bist du jetzt fertig? Ich glaube, der letzte Satz stimmt. Und ich glaube, Konstantin Seidt ist Alkoholiker. Ist das richtig oder nicht? Beide ziehen beide ins weisse Haus ein, hat er gesagt. Ist das so? Ja, man weiss es natürlich einfach nicht. Im Geisten haben. Also das ist natürlich fiktiv. Also ich würde sagen, jetzt müssen wir alle... Ich würde sagen, wir müssen alle eintrinken jetzt. Jetzt müssen wir einfach den einen zu alle eintrinken. Ja, sehr gerne. So. Jawohl. Und ich würde sagen, Nastarovie. 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 Ist das Spiel fertig jetzt? Bist du fertig? Ja, von mir her kommt auch nicht mehr mehr. Viermal vier Strafpunkte gegen drei Strafpunkte. Das heisst, meine Damen und Herren, Konstantin Seidt hat gewonnen heute Abend. Dein Preis. Konstantin Seidt, was du heute Abend hier gewünscht bei Deville Late Night, und ich freue mich sehr darauf, dass du den Preis entgegennehmen kannst. Ist... ein... Russenparty! Das heisst Poppatroni! Und das war das noch! Von Deville Late Night. Kommen wir die nächste Woche und schauen dir wieder dabei. Wird ein toller Hoch! Schauen Sie uns allen und gute Nacht! Merci!